Nächster Halt, Friedberg, Maria Alma Nächster Halt, Friedberg, Maria Alma Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster, Friedberg, Maria Nächster Halt Wir stellen für eine Maskenpflicht. Bitte bedecken Sie Ihren Mund und Ihre Nase mit einer Gesichtsmaske oder einem Schal. Damit helfen Sie sich und Ihren Mitreisenden gesund zu bleiben. Vielen Dank und gesunde Fahrt! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020